Ja, liebe Aquakollegen, diese Kameraposition kennt ihr. Es gibt was auszupacken und heute darf ich euch einen neuen Sponsor vorstellen. Das ist die Firma InterAquaristik, großer, hauptsächlich Online-Händler. Da habe ich den Herrn Thielmann einfach mal angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er auch einen kleinen Kanal supporten würde und hat er gesagt, jawohl, machen wir. Und das Erste, was ich bestellt habe, ist nichts Fischiges, aber was, was in allen Becken irgendwie brauchbar ist und wichtig ist. Und das sind diese schicken Einhänge-Thermometer. Ich habe bei den Thermometern oft das Problem, dass die Dinger so klein sind, dass ich es immer schlecht lesen und mir raten muss. Ja, und dann bin ich sowieso, ihr wisst, Saugnapf-Allergiker. Und die hier zum Einhängen sind wunderbar. Ja, und die Skala ist auch so groß, dass du sie super ablesen kannst. Ja, also auch für älteres Semester oder Leute mit Sehhilfen perfekt geeignet. Und da habe ich mir drei Stück schicken lassen. Die werde ich dann in den verschiedenen Becken verwenden. Ich habe elektronische dran gehabt und bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich habe das Gefühl, die zeigen immer eineinhalb Grad mehr an, wie eigentlich im Becken ist. Also, herzlichen Dank, Herr Thielmann, für die ersten Sachen. Die Fische kommen dann im August und da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.